Heute sprechen wir über den Verkehrsetat 2020. Im Entwurf des Einzelplans 12 schreibt die Regierung im Vorwort, Ziel der Verkehrspolitik ist es, die Voraussetzung für eine funktionierende, effiziente, nachhaltige und global vernetzte Mobilitätsströme zu schaffen. So weit, so richtig. Doch schaut man sich die Verteilung der Mittel in Höhe von knapp 30 Milliarden an, muss man sich ein bisschen wundern. Ungefähr 13 Milliarden für Schiene und alles, was dazugehört, und ungefähr 10 Milliarden für den Straßenverkehr und den Straßenbau. Mit der Realität des Gesamtverkehrsaufkommens hat diese Gewichtung der Investitionssummen überhaupt nichts zu tun. Für knapp 80 Prozent des Personenverkehrs hier in Deutschland benutzen die Bürger das Auto. Im Güterverkehr wird 74 Prozent über den Lkw abgewickelt. Mehr als drei Viertel des Personen- und Güterverkehrs findet also auf der Straße statt. Und damit befindet sich Deutschland übrigens im europäischen Mittel und ist keineswegs, wie es Grüne und Linke gerne darstellen, an der Spitze, was den Straßenverkehr angeht. Das sind die nackten Zahlen. Wer daher also für einen ideologiefreien Ausbau und Erhalt unserer Verkehrswege wirbt, müsste ihren Haushaltsentwurf radikal umschichten, beziehungsweise die Mittel für die Straße radikal erhöhen. Die Gelder müssten dort investiert werden, ja, da toben sie vielleicht, aber die Mittel müssten dort investiert werden, wo sie den größten Effekt haben und nicht, wo die Umerziehungspolitiker der Grünen und Linken es gerne sehen würden. Spätestens hier wird in diesem Einzelplan klar, es geht diesem CSU-Ministerium um Anbiederung an den linksgrünen Mainstream. Das tatsächliche Interesse unseres Landes, Verkehrspolitik so zu gestalten, dass das von den Autofahrern über die Mineralölsteuer und die Lkw-Maut aufgebrachte Geld sinnvoll eingesetzt wird, das ist Ihnen völlig wurscht. Und ich wundere mich, dass Sie die Dreistigkeit haben, darüber zu lachen. Sie wissen ja selber genau, wie es ist. Ja, Ihre Politik führt dazu, dass Deutschland Stauweltmeister wird. Und schon jetzt steigt das Stauaufkommen auf unseren Straßen jedes Jahr an. Stau ist kein Naturereignis, sondern das Ergebnis Ihrer ideologisch verfehlter Infrastrukturpolitik. Das ist die Fakten. Ich lese und höre immer wieder, dass Sie den Verkehr runter von der Straße auf die Schiene bringen wollen. 80 Prozent des Güterverkehrs auf der Straße findet auf Strecken unter 150 Kilometer und unter 80 Tonnen statt. Es gibt weder die Bahninfrastruktur dafür, noch wäre diese jemals bezahlbar, wenn man sie denn bauen würde. Eine signifikante Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene ist eine unbezahlbare Utopie. Unsere wirtschaftliche Stärke in diesem Land hängt in großem Umfang vom funktionierenden Güterverkehr auf der Straße ab. Und genau das zerstören Sie mit Ihrer nicht funktionierenden Politik der sogenannten Verkehrswende. Und diese Verkehrswende, die übrigens von allen Parteien außer der AfD hier getragen wird, ist mittlerweile zu einem ideologischen Kampf gegen das Automobil geworden. Und das auch auf europäischer Ebene. Ab 2020 gelten die neuen CO2-Flottengrenzwerte, die wegen der hohen Strafzahlung von den Automobilherstellern auf die Pkw-Verkäufer oder Käufer umgelagert werden müssen. Autofahren wird also schon sehr bald massiv teurer. Und das ist Ihre CO2-Steuer noch gar nicht mit eingerechnet. Vor lauter Klimaschutzhysterie werden die wichtigsten Aspekte unserer Bürger hier in diesem Land außer Acht gelassen. Eine funktionierende und günstige Verkehrspolitik zu gewährleisten. Das ist Ihre Aufgabe. Und darin haben Sie gläglich versagt. Und für die Bürger dieses Landes ist das Automobil heute und in absehbarer Zukunft das wichtigste Verkehrsmittel. Die AfD respektiert diesen Wunsch der Bürger nach selbstbestimmter Mobilität, um mal in ihrem Jargon zu reden. Und will, dass wir diesem Verkehrsmittel endlich die Infrastruktur geben, die es benötigt. Die Bürger dieses Landes haben Sie in dieses Parlament gewählt, damit sie bestmögliche Politik für dieses Land machen. Hören Sie endlich auf, die Menschen in diesem Land umzuerziehen und ihnen eine Märchenwelt mit Elektrorollern und Lastenfahrrädern als realistische Zukunft zu verkaufen. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion war das Dirk Spaniel, der Sprecher für Verkehr und digitale Infrastruktur. Zum Automobil steht auch die Bundeskanzlerin. Sie hat heute Vormittag in Frankfurt die internationale Automobilausstellung eröffnet. Jetzt in dieser Rede zum Einzelplan 12. Sören Bartol, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Morgen haben sich Millionen von Beschäftigten in ihr Auto, in den Bus, in die Bahn oder aufs Fahrrad gesetzt und sind zu ihrer Arbeit gependet. Heute Vormittag sind Tausende von Rentnerinnen und Rentnern in die Stadt zum Einkaufen gefahren oder haben ihren Termin beim Arzt gehabt. Dabei haben sie ihren Nachbarn gefragt, ob er sie mitnehmen kann, haben den Schulbus oder den Bürgerbus genutzt. Heute Abend werden Tausende von Schülerinnen und Schülern vom Sport oder von ihren Freunden mit dem Bus nach Hause fahren oder von ihren Eltern mit dem Auto abgeholt. Deutschland ist mobil und das soll auch in Zukunft so bleiben. Mobilität ist ein Grundbedürfnis und ermöglicht erst Begegnungen von Mensch zu Mensch. Und das darf nicht unter die Räder kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Haushaltsberatungen werden diesmal im Verkehrsbereich von der Debatte um den Klimaschutz geprägt. Und wir sind uns bewusst, dass wir dabei zu Recht unter starker Beobachtung stehen. Denn es geht um das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Und es geht um die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, sich mobil bewegen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Klimaschutzdiskussion ist zu stark vom Dafür und Dagegen geprägt. Entweder man ist für Elektromobilität oder dagegen. Entweder man ist für die Eisenbahn oder dagegen. Entweder ist man für das Fliegen oder dagegen. Das bringt uns nicht weiter. Die Pendlerin interessiert dieses Entweder-oder-nicht. Sie will vielmehr wissen, ob sie sich die Fahrt zur Arbeit zukünftig noch leisten kann. Der Rentner fragt zu Recht, warum alle vom ÖPNV reden, aber bei ihm nur zweimal ein Tag ein Bus fährt. Und der Familienvater wundert sich zu Recht, warum ihm alle raten, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, es aber aus seiner Sicht noch keine bezahlbaren Modelle auf dem Markt gibt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, dass klimaschädliches Kohlendioxid einen Preis bekommen muss. Wer sich klimafreundlich verhält, muss mehr Geld in der Tasche haben als der oder die, die nicht aufs Klima achten. Wir dürfen dabei jedoch nicht einfach nur bestimmte Mobilitätsformen teurer machen, ohne dass es eine bezahlbare, saubere Alternative gibt. Was bringt es denn dem Klimaschutz, wenn das Tanken vom klimaschädlichen Benzin schrittweise in den kommenden Jahren teurer wird, die Menschen aber mangels Wahlmöglichkeiten, aber zum Beispiel kein Liter weniger verbrauchen? Genau hier sehe ich uns alle in der Verantwortung, kluge, abgewogene und sozialverträgliche Entscheidungen zu treffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Mobilitätswende braucht die Antriebswende im Automobil. Daher bekennen wir uns zur Elektromobilität und wo sinnvoll auch zum Biokraftstoff, Wasserstoff und natürlich zu synthetischen Kraftstoffen. Um die Elektromobilität zu unterstützen, werden wir die Mittel für öffentliche Ladesäulen mindestens verdoppeln und zusätzlich private Nutzerinnen und Nutzer finanziell unterstützen. Wir werden außerdem die Kaufprämie für Elektrofahrzeuge zu einem sozial gestaffelten Bonus fortentwickeln. Der VW-Golf-Fahrer braucht eine höhere Unterstützung als am Ende die Tesla-Fahrerin. Wir wollen, dass jede und jeder flächendeckend mit Bus und Bahn zu bezahlbaren Preisen, egal ob in der Großstadt oder auf dem Land unterwegs sein kann. Mit einem Masterplan ÖPNV von Bund, Ländern und Kommunen wollen wir das sicherstellen. Und das braucht mehr Infrastruktur, zusätzliche Fahrzeuge und bezahlbare Preise sowie guten Service für die Kundschaft. Unser Ziel ist ein 365-Euro-Ticket, das bis 2030 deutschlandweit eingeführt wird. Die Zahl der Modellstädte muss schrittweise wachsen. Und dazu gehört aber auch, dass wir die ÖPNV-Finanzierung von Bund, Land und Kommunen ganz neu organisieren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das braucht Zeit. Und insbesondere auf dem Land wird uns die Digitalisierung helfen, Busse und Bahnen auch besser zu organisieren. Dazu müssen wir bei der Modellisierung des Personenbeförderungsrechts zügig vorankommen. Klar ist aber auch, eine Reform wird es nur geben, wenn wir auch eine wirksame Regelung bei den Sozialstandards für die eigenwirtschaftlichen Verkehre im klassischen ÖPNV schaffen. Lohndumping auf dem Rücken von Busfahrerinnen und Busfahrern müssen wir einen Riegel vorschieben. Wir werden das Reisen mit der Eisenbahn und den Transport von Gütern auf der Schiene attraktiver machen. Dazu gehören zusätzliche Investitionen in den Erhalt und den Ausbau des Schienennetzes. Dabei werden wir bei der Finanzierung aber auch über die Verwendung der Mittel aus der Lkw-Maut reden müssen. Es wird einen Taktfahrplan geben, der lange Wartezeiten verhindert und schnelles Umsteigen ermöglicht. Bahntickets müssen billiger werden, indem wir die Mehrwertsteuer absenken. Und gleichzeitig schlagen wir auch eine Reduktion der EEG-Umlage auf sauberem Bahnstrom vor. Wir werden auch gegen Dumpingpreise im Luftverkehr vorgehen. Es kann nicht sein, dass ein Flugticket noch nicht einmal die Höhe von Steuern und Abgaben entspricht und damit billiger als Bahn fahren müssen. Sehr gut. Beifall von der CSU. Bitte ins Protokoll vermerken. Bei all dem werden wir weiter auf Rekordniveau in die Verkehrswege investieren. Gerade in Zeiten einer schwächelnden Konjunktur ist das wichtig. Wir arbeiten weiter gegen Staustrecken, langsam Fahrstellen und bröckelnde Brücken. Und damit werden wir nicht nachlassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit des Man-müsste-mal sind jetzt vorbei. Jetzt wird entschieden, was wir tun. Aber es wird auch entschieden, wie wir es finanzieren. Lassen Sie uns daran gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Herr stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Sören Bartol, dessen Zuständigkeit unter anderem Verkehr und digitale Infrastruktur ist. Oliver Luxitsch jetzt für die FDP-Fraktion. Er ist verkehrspolitischer Sprecher. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland außer Betrieb, das hat die Welt gerade getitelt. Und das ist ein Stück weit auch die Zustandsbeschreibung der Verkehrspolitik. Wir haben auf der einen Seite das Dieseldesaster, das weitergeht. Millionen Dieselfahrer werden enteignet. Wir haben das Thema Maut, auf das ich leider noch ausführlich eingehen muss. Und eine Infrastruktur, die zerbröckelt und zerbröselt an ganz vielen Ecken und Enden. Und das ist ja das Kernproblem. Die Ausgaben im Bundeshaushalt gehen massiv nach oben. Investitionslinie bleibt trotz steigenden Baukosten aber flach. Und das ist das Kernproblem. Die Investitionsquote sinkt. Es müsste aber mehr investiert werden in Innovation und in Infrastruktur. Bei der Straße müssen wir feststellen, dass die Zahl der Schlaglöcher und der Staus hoch bleibt. Hat ja auch der ADAC gerade wieder berechnet. Damit immerhin beim Thema Mobilfunk gibt es einen sinnvollen Vorschlag, den auch die FDP vorangetrieben hat. Das Thema weiße Fleckenauktion, das macht Sinn. Weil wir können es uns doch nicht leisten als Industriestandort, dass nicht nur die Zahl der Schlaglöcher, sondern auch die der Funklöcher so hoch bleibt. Und es kann einfach nicht sein, dass der Mobilfunkabdeckung bei uns so ist wie in Albanien. Es kann nicht sein, dass weiter in Vektorung investiert wird. Wir müssen uns als Industriestandort es leisten können, die beste Infrastruktur zu haben. Da sind wir meilenweit von entfernter Zeit. Und wir erleben derzeit, dass der Minister bei manchen heißen Eisen sich einfach nicht traut, zuzupacken. Ich habe eben genau zugehört, was Kollege Bartol gesagt hat zum Thema Luftverkehrsabgabe. Da ist mir der Kurs der Bundesregierung noch nicht ganz klar. Herr Dobrindt sagt ja auch, man müsse die Luftverkehrsabgabe, die Minister Scheuer immer senken wollte, erhöhen. Ich weiß nicht, geht es da um Wettbewerb? Will das eine große deutsche Airline? Oder geht es um Klimaschutz? In einer Zeit, wo in China 40 neue Flughäfen gebaut werden, glaube ich, dass Ihre Forderung so nicht ganz durchdacht ist. Deswegen will ich wissen, was ist da die Haltung des Bundesverkehrsministers? Mir ist sie unklar. Und auch die Branche erwartet dazu eine klare Haltung. Und auch beim Thema Schiene geht es ja drunter und drüber. Der Güterverkehr geht drunter. Da gibt es ja ein Gutachten, das bestellt wurde, dem Bundestag nicht vorliegt. Personenverkehr, Pünktlichkeitsrate weiterhin unglaublich schlecht. Und jetzt müssen wir sehen, dass es in der Deutschen Bahn eine neue Berateraffäre gibt. Da erwarten wir, dass die Unterlagen auch dem Bundestag zugeführt werden, die der Aufsichtsrat jetzt diskutieren wird. Man merkt, der Minister geht die heißen Eisen nicht an. Es kann nicht sein, das ist doch die falsche Politik. Hier bei der Bahn muss endlich Klarheit gesorgt werden. Es kann nicht sein, Sie wollen noch mehr Staatskonzernen. Man sieht, da kommt nur Mauscheleiber raus. Und es ist einfach ein Fehler, die einzige Aktiengesellschaft der Welt schaffen zu wollen, die keinen Gewinn machen soll. Das wird nicht funktionieren. Das Einzige, wo der Minister mal Mut gehabt hat und entschieden hat, das war letztes Jahr bei der Pkw-Maut. Und da hat er leider falsch entschieden. Wegen der Landtagswahl in Bayern hat er den ersten Auftrag vergeben, damit das Zeichen dort gesetzt wird, die Maut kommt, koste es, was es wolle. Ein Gutachten der FDP-Bundestagsfraktion von einer Anwaltskanzlei, die mit dem BMVI zusammengearbeitet hat, von einem ehemaligen Referenten der Unionsfraktion kommt zu dem Schluss, dass man das Ganze vergleichen muss mit jemandem, der ins Casino geht, bei einer 50-50-Chance, schwarz oder rot zockt und sich dabei verzockt. Ich bin der Überzeugung, wir können uns das nicht leisten, dass Steuergelder verzockt werden in Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist ja jetzt ganz klar, im Herbst letzten Jahres war die Maut tot. Wir wissen jetzt, es lag ein einziges Angebot noch vor für drei Milliarden. Der Haushaltsgesetzgeber hat aber leider nur zwei Milliarden zur Verfügung gestellt. Und wir können ja der Aktenlage entnehmen, dass der Rat ganz klar war, sowohl aus Gründen des Vergabes als auch des Haushaltsrechts hätte man zum Bundestag gehen müssen und sagen, wir brauchen mehr Zeit und mehr Geld. Aber das wollte der Minister natürlich nicht. Vielleicht hätte die SPD das nicht mitgemacht, ich weiß es nicht. Er hat entschieden, das Vergaberecht zu biegen, wahrscheinlich auch zu brechen. Er hat entschieden, die Kosten rüberzuschieben zur Toll-Collect, über die dynamische Vergütung am Haushalt vorbei in die Zukunft zu schieben. Und das ist eben der springende Punkt. Er hätte zum Haushaltsgesetzgeber gehen müssen, statt am 30.12. an einem Sonntag, an einem Sonntag vor Neujahr, einen solchen Milliardenvertrag unterschreiben zu lassen. Er hat sich da verzockt. Und das ist der Fehler, den wir hier dringend ansprechen müssen. Und es wäre ja in Ordnung gewesen, Fehler passieren. Das Urteil hätte auch anders ausgehen können. Aber man hätte einfach einen Fehler einräumen können. Stattdessen werden jetzt Vorwürfe ausgepackt. Vorwürfe gegen die Betreiber. Und jetzt müssen wir lesen, es wurde gekündigt wegen einer Schlechtleistung. Aber auf die Frage im Verkehrsausschuss, hätte man auch gekündigt, ohne dass EuGH-Urteil war, die Antwort Nein. Das muss man sich mal vorstellen. Man kündigt wegen einer Schlechtleistung. Aber es sagt eindeutig, man hätte ohne das EuGH-Urteil nicht gekündigt. Wie glaubwürdig ist denn eine solche Begründung? Und der zweite Aspekt, der ein grober Fehler war, war eben zu sagen, auf einmal fallen vom Himmel Verträge runter und 600 Millionen Euro werden gefordert. Dabei sind die natürlich in dem Auftrag angelegt, angelegt im Formblatt 3 und wurden auch zwischendrin zum großen Teil wahrscheinlich zumindest genehmigt. Wurde uns jetzt ja auch schriftlich bestätigt, dass sieben Aufträge genehmigt wurden. Über den achten wird man diskutieren müssen, auch über die Höhe der Forderungen. Aber das ist eben der springende Punkt, dass hier suggeriert wurde, es wäre alles an der Maut gearbeitet worden, im Geheimen und kommt auf einmal herunter. Und was mich besonders ärgert, ist, dass wir dann ein Formblatt bekommen, wo das aufgeführt ist und dann erfahren müssen, dass das Dokument nicht korrekt ist. Also entweder kriegen wir mal alle Unterlagen, um es nachzuvollziehen. Und wenn Sie schon was hochladen im Internet, müssen Sie bitte auch das Richtige hochladen lassen. Deswegen bleibt es leider wahr, Sie müssen dringend in der Verkehrspolitik die wichtigen Themen anpacken. Der Minister ist wegen der Maut ein Stück weit gelähmt. Und es kann nicht sein, dass wegen der Fehlentscheidung der Maut hunderte Millionen Euro jetzt fehlen bei Straßen, bei digitaler Infrastruktur, bei der Bahn. Und deswegen werden wir da weiter kritisch nachfragen müssen. Oliver Luxitsch war das, der Sprecher für Verkehrspolitik der FDP-Fraktion. Er hat jetzt das mögliche Thema dieses Mittags aufgemacht, nämlich die Pkw-Maut. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Auto kaufen, schließen vorher eine Versicherung ab. So ähnlich hat es Bundesminister Scheuer gemacht. Das wirft ihm die Opposition vor. Verzocken von Steuergeldern, sagte Herr Luxitsch. Hier wörtlich. Jetzt nächster Redner in der Debatte von der Linksfraktion, Viktor Perry. ...zwei zentrale Kernaufgaben. Erstens, für eine vernünftige Verkehrspolitik zu sorgen, die Menschen und Güter zuverlässig, günstig und auf möglichst unschädliche Weise von A nach B bringt. Zweitens, dafür zu sorgen, dass das ganze Land mit stillem Internet ausgestattet ist. Beides wurde in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt. Minister Scheuer und seine Vorgänger haben blind darauf vertraut, dass es die Wirtschaft schon richten wird. Sie haben öffentliches Vermögen kaputtgespart und versucht, sie so viel wie möglich zu privatisieren. In 40 Prozent der Schädel und Gemeinden Deutschlands gibt es Funklöcher. Allein im Osten haben 2.500 Orte bis heute kein flächendeckendes, schnelles Internet. Das ist doch peinlich für eine Wirtschaftsnation wie Deutschland. Jeden Tag ärgern sich Millionen Menschen, weil viel zu viele Straßen verstopft oder beschädigt sind und sie dennoch keine Alternative zum Auto haben. Es gibt einen riesen Investitionsstau bei Straßen, bei Wasserwegen und Brücken. Es fehlen Fahrradwege. Und auch viele Fußgänger fühlen sich im wahrsten Sinne des Wortes an den Rand gedrängt. Der öffentliche Personennahverkehr wurde sträflich liegen gelassen. Bei mir in Niedersachsen, im ländlichen Raum, ist fast jedes volljährige Familienmitglied auf ein eigenes Auto angewiesen. Gerade gestern wurde verkündet, dass die Preise im Regionalverkehr der Bahn wieder steigen sollen. Dabei muss uns doch allen klar sein, Bus und Bahn müssen günstiger werden und besser ausgebaut werden, sonst können die Leute nicht umsteigen. Und da, wo die Linke regiert, setzen wir uns genau dafür ein. Zum Beispiel in Thüringen, wo ein Azubi-Ticket geschaffen worden ist. In Berlin, wo der öffentliche Nahverkehr günstiger wird. Das sind Projekte, die zeigen, wo es langgehen muss. Im Haushaltsentwurf der Bundesregierung ist aber keine Spur für diese Probleme zu finden. 30 Milliarden Euro werden beantragt. Stimmt. Aber Maßnahmen für eine soziale Verkehrswende, die sucht man hier vergeblich. Die Bahn zum Beispiel stünde viel besser da, wenn sie nicht kaputtgespart worden wäre. Über 6.000 Kilometer Bahnstücke sind abgebaut worden, seit 1990. 160.000 Beschäftigte sind abgebaut worden. Heute sucht die Bahn hängeringend wieder Zehntausende Beschäftigte. So aberwitzig. Jetzt muss der Bundestag viel Geld freigeben, 62 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren, damit die heruntergekommene Bahninfrastruktur wieder in Stand gesetzt wird. Und das alles nur, weil eine ganz große Koalition in diesem Haus gegen den Widerstand der Linken versucht hat, die Bahn an die Börse zu bringen. Für uns ist völlig klar, die deutsche Bahnaktiengesellschaft muss vollständig in die öffentliche Hand. Die Bahnpreise müssen unschlagbar günstig werden, damit es eine Bürgerbahn wird, die dieses Land so dringend braucht. Meine Damen und Herren, die Haushaltsberatung, wenn überschattet, vom Skandal um die Pkw-Maut. Minister Scheuer hat voreilig milliardenschwere Betreiberverträge mit Konzernen unterschrieben. Und erst danach hat das höchste Gericht Europas entschieden, dass die Pkw-Maut illegal ist. Die Konzerne wollen jetzt Schadensersatz. Es drohen hunderte Millionen Euro. Und die Zeche zahlen müssen Steuerzahler. Die Linke sagt, allein das rechtfertigt schon einen Untersuchungsausschuss. Aber inzwischen hat sich der Verdacht erhärtet, dass der Skandal noch größer ist. Laut Berliner Zeitung wurden entscheidende Gutachten frisiert, damit der Zuschlag überhaupt an Konzerne gehen konnte. Der Betrieb in öffentlicher Hand wäre nämlich günstiger gewesen. Kurz gesagt lautet der Vorwurf, der Verkehrsminister hat manipuliert, um zu privatisieren und Konzernen einen milliardenschweren Vertrag zuzuschieben. Wenn sich das bestätigen sollte, dann hat der Minister sein Amtseid grob verletzt. Dann ist das kriminell und ein Fall für die Justiz. Das ist demokratiegefährdend. Es verärgert Millionen Menschen in diesem Land, was hier passiert ist mit der Pkw-Maut. Millionen Menschen sind stinksauer. Wir werden zusammen mit FDP und Grünen in den nächsten Monaten alle Kraft dafür einsetzen, dass das aufgeklärt wird. Der Minister wird sich weiter sehr, sehr harte Fragen gefallen lassen müssen. Meine Damen und Herren, die Große Koalition steht für eine Verkehrspolitik, für einen schwachen Staat, der mit der Privatisierungswahn leidet und sich vom Konzern über den Tisch ziehen lässt. Es ist ein Armutszeugnis, was hier aufgespürt wird. Dankeschön. Viktor Perli von der Linksfraktion hat hier noch mal darauf abgehoben, was durchaus im Bereich der Erwartungen liegt, nämlich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Frage, wie das mit der Pkw-Maut und den Verträgen gelaufen ist. Wenn Christian Kindler für die Grüne Fraktion Sprecher für Haushaltspolitik wird, wird er möglicherweise jetzt noch ergänzen. Ich habe das letzte Mal in der Rede vom Klimaschutz geredet. Ich habe zugehört. Da ging es um Avocados und italienisches Wasser. Sie haben gesagt, jeder kann und muss einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ich frage mich nur, warum geht das eigentlich nicht für Sie? Denn es ist ja so, die Bundesregierung wird krachend ihre Klimaschutzziele für 2020 verfehlen. Und während beim Energiesektor die Emissionen sinken, steigen seit 2009 konsequent die Emissionen im Verkehrssektor an. Und dass Deutschland seine Klimaschutzziele so krachend reißt, das liegt am Verkehrssektor. Und das hat einen Namen, der heißt CSU. Und dieses Jahr, denn dieses Jahr feiern wir nämlich ein trauriges Jubiläum. Wir haben dieses Jahr zehn Jahre CSU-Verkehrsministerium. Und ich will erinnern, der erste Minister war Peter Ramsauer. Und danach dachten alle, das kann jetzt nicht schlimmer kommen. Und dann kam Alexander Dobrindt. Und danach dachten aber alle, das kann jetzt wirklich, das kann echt nicht noch schlimmer kommen. Und dann kam Andreas Scheuer. Und ich finde, Kompetenz darf in Zukunft kein Ausschusskriterium mehr sein bei der Besetzung des Verkehrsministers in Deutschland. Denn zehn Jahre Verkehrsministerium der CSU, das heißt zehn Jahre Chaos, zehn Jahre Klimazerstörung, zehn Jahre Lobby für die Autokonzerne und zehn Jahre Straßenbauwahnsinn. Denn der CSU geht es im Kern um zehn Jahre Straße, Straße, Straße. Und das ist der große Schwerpunkt. Alles andere kommt zu kurz. Die Menschen, die auf den guten öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Darunter leiden Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Darunter leiden Menschen, die saubere Luft wollen. Und ich sage Ihnen, enough is enough. Zehn Jahre CSU, es reicht endlich. Und Herr Scheuer, wenn wir jetzt für 2030 gucken, was Sie vorgelegt haben für das Klimakabinett, kann man sagen, Sie machen eigentlich weiter, so wie bisher. So werden Sie auch die Klimaschutzziele für 2030 krachen, brechen. Nämlich ist es so, Sie haben eine Liste vorgelegt, die zum Teil gar nicht finanziert ist, wo ganz viele Luftbuchungen drin sind. Die ganzen Maßnahmen werden hart angezweifelt von Experten. Das ist nicht mit dem Kanzleramt, das ist nicht mit dem Umweltministerium abgestimmt. Ihr sogenannter Plan für den Klimaschutz ist wieder mal so ein klassischer Scheuer. Viel Show, viel PR, aber am Ende keine Substanz. Und im Haushalt sieht man das auch. Die Bundesregierung verschwendet weiter Milliarden für den schmutzigen Diesel. Sie haben Milliarden weiterhin für die Flugindustrie. Sie haben im Einzelplan 12 Milliarden für neue Autobahnen und große ÖPP-Projekte. Ich meine, während man in der Zeit in der Klimakrise noch neue Autobahnen bauen kann, das ist wirklich ein großes Rätsel. Und gleichzeitig platzen die Nah- und Fernverkehrszüge aus allen Nähten. Damit muss endlich Schluss sein. Wir brauchen jetzt ein Straßenbaumoratorium für das Klima. Stattdessen, guck mich doch mal an, die Alternativen stehen im krassen Missverhältnis. Der öffentliche Nahverkehr ist unterfinanziert, der Radverkehr ist unterfinanziert. Es gibt, zugegeben, leichte, moderate Erhöhungen bei der Bahn. Aber im Ernst, jeder weiß, jeder Verkehrsexperte weiß, dass das, was in der Bahn gerade passiert, das reicht im Leben nie, um den Investitionsstrahl aufzuholen. Das reicht im Leben nie, um die Bahn fit für die Zukunft zu machen. Das ist die Wahrheit. Und zur Pkw-Maut. Zur Pkw-Maut. Herr Minister, Sie haben dazu de facto nichts gesagt in Ihrer Rede, aber Sie können sich hier nicht so aus der Verantwortung stehen. Sie sind der zuständige Minister. Sie haben die Maut-Verträge voreilig vor dem EuGH-Auter unterzeichnet. Sie hatten zahlreiche Gutachten, die bezweifelt haben, dass das mit Europarecht vereinbar ist. Aber Sie wollten nicht warten. Sie wollten zocken. Sie haben gezockt und Sie haben sich verzockt. Sie haben mit Steuergeld am Roulette-Tisch gespielt. Und ich sage Ihnen, dieses Maut-Versatz, das ist Ihr Maut-Versatz, das ist Ihre Verantwortung. Laut die Kollegen Luxisch und Perli haben Sie noch einmal hingewiesen. Ich will es noch einmal betonen. Ursprünglich waren drei Milliarden Euro geplant im ersten Angebot für die Pkw-Maut-Verträge. Am Ende wurden es dann zwei Milliarden. Und Sie haben die Kosten nicht etwa gespart, sondern sie einfach versteckt in den Verträgen. Sie haben eine variable Vergütung einsetzen lassen. Sie haben die Digitalisierungsquote künstlich hochgesetzt. Sie haben Risiken massiv ausgelagert. Und das wäre viele mehr gewesen. Das wäre trotzdem deutlich teurer als zwei Milliarden geworden. Nur am Ende hätte man das später gemerkt und nicht am Anfang. Deswegen hat Ihr eigenes Haus gesagt, Herr Scheuer, gehen Sie noch einmal in den Haushaltsausschuss, fragen Sie nach einer Erhöhung für den Haushaltsrahmen. Das haben Sie nicht gemacht. Deswegen muss man es auch hier so hart im Deutschen Bundestag sagen. Sie haben den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit gezielt belogen und das Haushaltsrecht gebrochen. Das ist die harte Wahrheit. Denn Ihr Motto, Herr Scheuer, das ist Tricksen, Täuschen, Tarnen. Und das kommen nachher die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler extrem teuer. Dreistellige Millionenbeträge an Schadensersatzforderungen stehen jetzt im Raum. Und Ihre Strategie ist ja, sich jetzt ein langes und extrem teures Schiedsverfahren zu retten, um als Minister die nächste Bundestagswahl zu überstehen. Aber, Herr Scheuer, das ist Ihre Verantwortung. Sie haben die Verträge abgeschlossen. Und ich fordere Sie auf, jetzt stehen Sie auch dazu. Ich denke doch, ein Minister mit Anstand, ein Minister mit Unrechtsbewusstsein, der wäre schon längst zurückgetreten. Vielen Dank. Aus der Grünen-Fraktion, in dem Falle durch Sven-Christian Kindler, noch einmal schaffe Kritik am Bundesverkehrsminister, gefolgt jetzt von einem Mitglied der Unionsfraktion, also der Einzelplan 12, weiterhin in der Debatte. Michael Dorn, jetzt der Mitglied ist im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stellen wie noch in keinem Haushalt zuvor die Signale für die Bahn auf grün. Mir fiel leider keine andere Farbe ein. Und zwar, wir tun dies ganz im Sinne von Friedrich List. Von Friedrich List, dem deutschen Eisenbahnpionier, der am 6. August vor 230 Jahren in Reutlingen in meinem Wahlkreis geboren wurde. Ein Großteil der Verkehrsetatsteigerungen des Bundes, fast 1,2 Milliarden Euro mehr, entfällt auf die Personen- und Güterbeförderung im Schienenverkehr. Und insgesamt setzen wir damit die richtigen Schwerpunkte. Mit geplanten Ausgaben beispielsweise im Jahr 2020 in Höhe von anderthalb Milliarden für neuen Ausbau von Schienenwegen, von 350 Millionen Euro für die Halbierung der Trassenpreise im Schienengüterverkehr, mit 139 Millionen Euro für die Lärmsanierung und mit 5,1 Milliarden Euro jährlich für die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Bahn. Damit setzen wir unseren Investitionshochlauf fort. Wir geben so viel Geld für die Schiene aus wie noch niemals zuvor. Und wir schaffen damit die Möglichkeit, dass der Cargo-Bereich genauso wie die Bürgerinnen und Bürger die Schiene als attraktive Alternative nutzen können. Und wir setzen damit konsequent die Maßnahmen um, um die Ziele, die Verkehrsminister Antti Scheuer gemeinsam mit den Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verbänden im Zukunftsbündnis Schiene festgelegt hat, zu erfüllen. Nämlich Fahrgastzahlen verdoppeln, Kapazitäten auf der Schiene erweitern, um auch mehr Güter auf die Schiene zu verlagern. Dazu führen wir den Deutschlandtakt ein. Wir beseitigen bauliche Engpässe, die dem Deutschlandtakt im Wege stehen. Das führt zu attraktiven, zu konkurrenzfähigen, halbstündlichen oder stündlichen Verbindungen zwischen unseren deutschen Städten. Und mit der digitalen Schiene Deutschland investieren wir im kommenden Jahr 207 Millionen Euro in das ERTMS, das digitale Zugsteuerungs- und Sicherungssystem. Und wir setzen auch das Bundesforschungsprogramm Schiene um. Dazu kommt, dass wir die Länder, die für den Schienenpersonennahverkehr zuständig sind, üppig mit Geld ausstatten. Denn wir haben die GVFG-Mittel für große Investitionen im kommenden Jahr bereits verdoppelt und werden sie ab 2021 auf eine Milliarde Euro pro Jahr verdreifachen. Wir überweisen den Ländern fast 8,6 Milliarden Euro an Regionalisierungsmitteln, damit sie davon den Schienenpersonennahverkehr bezahlen können. Das sind 1,3 Milliarden Euro mehr als noch fünf Jahre zuvor. Aber wir wollen nicht nur einen attraktiven öffentlichen Verkehr von Tür zu Tür, wir wollen auch einen attraktiven Güterverkehr vom Produktionsstandort bis zum Kunden. Mit 76 Millionen Euro fördern wir die Maßnahmen des kombinierten Verkehrs und auch Bau- und Reaktivierung privater Gleisanschlüsse. Und wir lassen uns in diesem Ziel auch nicht von irgendwelchen Gutachten kirre machen. Meine Damen und Herren, der Weg, den wir mit der immensen Investition in die Schiene einschlagen, ist der einzig Richtige, wenn wir die umweltfreundliche Bahn voranbringen wollen. Die Bahn soll, um unseren engagierten Bahnbeauftragten Enak Ferlemann zu zitieren, die Bahn soll das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts werden. Und wir tun das nicht, wir tun das nicht, indem wir die Nutzer anderer Verkehrsmittel bestrafen, sondern wir sorgen dafür, dass die Bahn schneller und zuverlässiger, also für den Nutzer attraktiver wird. Herr Kollege Donner, ich habe eine Zwischenfrage aus. Nein, ich möchte gerne. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch, die Bahn 12 Prozent günstiger zu machen. Denn der größte Konkurrent der Schiene ist nicht der vergleichsweise unbedeutende Inlandsflug oder der vergleichsweise ökologische Fernbus. Die Konkurrenz der Schiene ist mit knapp 70 Prozent Marktanteil das Auto. Und ich bin davon überzeugt, dass es die Bahn mit dem Pkw im Fern- und Nahverkehr heute schon in vielen Fällen locker aufnehmen kann. Und erst recht, wenn wir es schaffen, den Schienenverkehr schneller, sicherer, zuverlässiger und pünktlicher, damit insgesamt leistungsfähiger und attraktiver zu machen, so stellen wir ganz im Sinne von Friedrich List die Weichen für eine klimafreundliche, für eine schienenfreundliche Mobilität. Und mit diesem Haushalt nimmt das Projekt weiter Fahrt auf. Vielen Dank. Das war von Michael Dorn von der Unionsfraktion ein klares Plädoyer für die Bahn. Nochmal in Zahlen 1,17 Milliarden Euro mehr soll es für die Bundesschienenwege im Jahr 2020 geben. Das wären dann insgesamt 6,81 Milliarden. Jetzt für die AfD-Fraktion Wolfgang Wille. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, als Verkehrsteilnehmer und Nutzer der digitalen Netze erleben die Bürger täglich, ob unsere Infrastruktur funktioniert oder nicht und ob sie in Freiheit leben oder vom Staat gegängelt werden. Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands entscheidet sich auch daran, ob die nötige Infrastruktur bereitsteht und ihre Nutzung für alle bezahlbar bleibt. Für den Steuerzahler ist es auch teuer, wenn ein Projekt wie die Einführung der Pkw-Maut scheitert. Ein Abgrund von Unklarheiten tut sich auf. Jede gegebene Antwort erzeugt neue Fragen. Das muss aufgeklärt werden. Aber ich warne davor, dass wir uns hier auf einer Nebenbühne verzetteln. Für die Zukunft und für die Bürger ist es nämlich viel wichtiger, was sie in Zukunft bezahlen müssen. Schon im Juli wurde eine Öko-Maut gefordert. Das heißt, wenn der Europäische Gerichtshof einen Mautausgleich für deutsche Autofahrer verbietet, dann lässt man den Ausgleich halt weg. Der Bürger kann es ja zahlen. Das gibt die Richtung vor. Für eine ideologische Klimapolitik werden erst hier die Kosten und dort die Subventionen erhöht. Das nennt man dann Marktwirtschaft, obwohl es nichts anderes ist, als der nächste Dreh an der staatlichen Interventionsspirale. Und wenn das nicht reicht, um den großspurigen Verkehrswende CO2-10-Jahresplan zu erfüllen, Pläne kommen ja wieder in Mode, sicherlich zur Freude der Kollegen von der Linken, ja, wenn das nicht reicht, dann werden neue Fahrverbote folgen. Verehrte Kollegen aus der Unionsfraktion, Sie werden das bestreiten. Aber Ihre Parteien sind es, die sich mit dem Ausschließen bürgerlicher Koalitionen den Nasenring anlegen, an dem die Grünen und Roten sie durch die politische Manege ziehen werden. Das Koalitionstheater nach den jüngsten Landtagswahlen gibt ja einen Vorgeschmack. Fernab jeder Ideologie verdient der Verkehrsträger Bahn, dass er intelligent gefördert wird. Die Bahn hat ihre großen Stärken, wenn sie Verkehre bündeln kann. Bei hohen Fahrgastzahlen, großen Gütermengen, auf langen Strecken und, wenn es darum geht, hohe Geschwindigkeiten sicher zu beherrschen. Das Eisenbahnnetz in Deutschland leidet unter jahrzehntelanger Vernachlässigung und unter der Schrumpfung, die man vornahm, um den Bahnkonzern an die Börse zu bringen. In allen Teilen des Landes gibt es noch über 100 Jahre alte Bahnbrücken und Stellwerke. Es ist dringend nötig, auch hier mehr zu investieren. Und der Haushalt 2020 weist immerhin bei der Bahn in die richtige Richtung. Der Einzelplan 12 enthält auch solche Perlen wie die Förderinitiative zur Elektrifizierung regionaler Schienenstrecken. Deren Volumen wird jetzt auf 10 Millionen verdoppelt. Damit kann man jetzt, hören Sie gut zu, Kolleginnen und Kollegen, 6 Kilometer Bahnstrecke elektrifizieren. Natürlich gibt es noch andere Töpfe, aus denen Elektrifizierung bezahlt wird. Für mich zeigt dieses Beispiel aber eines. Es gibt ein riesen Wirrwarr an Etats, Töpfen und Geldquellen. Und wer da kein Experte ist, wird erst mal einen Berater brauchen. Die Schweizer haben es da einfacher. Sie haben den BIF, den Bahninfrastrukturfonds. Geld aus allen Quellen kommt da hinein. Geld für alle Projekte wird da entnommen. Wagen wir einen großen Wurf und machen wir das auch in Deutschland. Wenn es im gleichen Zug gelingt, auch die verschachtelten Strukturen des Bahnkonzerns zu vereinfachen, umso besser. Stärken wir also die Stärken der Bahn. Leistungsfähige S-Bahn- und Regionalverkehre. Verbindungen mit hoher Geschwindigkeit zwischen den Metropolen. Anschluss möglichst aller großen Flughäfen an den Fernverkehr. Das gilt nach Jahrzehnten des Stillstands auch für München. Stärkung des kombinierten Güterverkehrs. Viel mehr Transit-Lkw müssen auf die Schiene statt auf die Autobahn. Hüten wir uns aber davor, die Bahn zum Fetisch einer Ideologie zu machen. Sie wird niemals zu jeder Haustür fahren. Sie wird niemals den Straßenverkehr ersetzen. So sehr die aktuelle Euphorie viele Mitarbeiter motiviert, so sehr können überzogene Erwartungen in eine riesige Last umschlappen. Hüten wir uns auch davor, den Luftverkehr durch immer neue, höhere Steuern zu gängeln. Und hüten wir uns davor, neue Milliardensubventionen für den öffentlichen Nahverkehr und in den öffentlichen Nahverkehr zu kippen. Die Leitvariante des kostenlosen ÖPNV heißt jetzt 365 Jahresticket für alle. Das ist für den Staat richtig teuer, motiviert aber keineswegs zum Umsteigen. Investieren wir in die Zuverlässigkeit des Nahverkehrs. Neue Verbindungen, mehr Komfort, mehr Sauberkeit und vor allem mehr Sicherheit. Das wollen die Bürger. Damit wende ich mich noch einmal an die Kolleginnen und Kollegen von der Unionsfraktion. Lassen Sie sich nicht einfangen von den roten Schallmeienklängen vom 365-Euro-Ticket. Behalten Sie es im Kopf. Es gibt immer eine Alternative. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Thomas Jürg, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Da die Regierungskoalition bekanntermaßen ihr Wort hält, dürfte es ja niemanden überraschen, dass die Investitionsausgaben im Verkehrsetat mit dem vorliegenden Haushaltsplan und dem Finanzplan weiter verstetigt und erhöht werden. Genauso wie wir das im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. So steigen die Mittelansätze für die klassischen Verkehrsinvestitionen, also in Straße, Schiene und Wasserstraße, im kommenden Jahr auf rund 15,3 Milliarden Euro und im Finanzplanungszeitraum sogar auf rund 17 Milliarden Euro. Das ist auch gut so. Denn diese Investitionen sind bekanntermaßen dringend notwendig, um die Verkehrsinfrastruktur weiter zu erneuern und auszubauen. Wer sich die Zahlen einmal genauer anschaut, wird feststellen, dass bei der Erhöhung der Investitionen die Schiene der eindeutige Gewinner ist. Allein für die nächste Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, kurz LUV III, will der Bund bis 2029 insgesamt rund 51,4 Milliarden Euro einsetzen. Schon im nächsten Jahr soll für Ersatzinvestitionen mehr als 4,6 Milliarden Euro bereitstehen. Das sind schon bald über 1,2 Milliarden Euro mehr als in der Finanzplanung ursprünglich vorgesehen. Bemerkenswert ist natürlich auch, dass die Laufzeit der sogenannten LUV von fünf auf zehn Jahre verlängert werden soll, was den Eisenbahninfrastrukturunternehmen, der Industrie und dem Bund größere Planungssicherheit gibt. Allerdings muss es auch handfeste Kriterien zur Überprüfung unserer Zielvorgaben geben. Die Finanzplanung sieht darüber hinaus vor, die jährlichen Mittel für Investitionen in die Bundesschienenwege bis 2023 auf 2 Milliarden Euro anzuheben. Dies halte ich für besonders wichtig, da die Kapazitäten der schienenden Infrastruktur unabhängig von den gewünschten Digitalisierungseffekten deutlich erhöht werden müssen, wenn wir unsere Ziele für 2030 bei den Fahrgastzahlen und natürlich auch beim Klimaschutz erreichen wollen. Deshalb gehe ich davon aus, dass dafür künftig auch noch mehr Geld bereitgestellt wird. Zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 570 Millionen Euro sind im Finanzplanungszeitraum außerdem für die erste Ausbaustufe des Projekts Digitale Schiene Deutschland vorgesehen. Der Bund stellt zudem weitere 126 Millionen Euro für die Ausrüstung der Schieneninfrastruktur sowie erstmalig auch von rollendem Material mit dem europäischen Zugsicherungssystem ERTMS bereits. Damit stehen in diesem Titel in den nächsten Jahren rund 1,36 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist eine spürbare Verbesserung. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass auch die Mittel für die Förderung der Elektrifizierung regionaler Schienenstrecke auf 10 Millionen Euro und zum Vorredner geht es um Lückenschlüsse und die Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen auf 20 Millionen Euro angehoben werden. Außerdem wurde in Kapitel 1210 ein neuer Titel für das Bundesprogramm Zukunft Schienengüterverkehr geschaffen, welcher mit jährlich 20 Millionen Euro ausgestattet werden sollte. Damit hat der viel gelobte Masterplan Schienenengüterverkehr eine weitere finanzielle Hausnummer erhalten. Da uns ja gerne vorgehalten wird, wir würden zu viel in die Straße und zu wenig in die Schienen investieren, will ich dazu gern noch ein paar Zahlen nennen. Sie sollten erst mal zuhören, ehe sie sich äußern. Die Finanzplanung sieht vor, dass wir von 2014, dem ersten Regierungsjahr dieser Koalition, da waren Sie glücklicherweise noch nicht dabei, bis 2023 die Investitionsausgaben für die Straße um rund 55 Prozent erhöhen. Im gleichen Zeitraum werden die Investitionsausgaben für die Schienen jedoch um 90 Prozent gesteigert. Ich finde, die Regierungskoalition stellt damit bei den Verkehrsinvestitionen die richtigen Weichen, um einmal im Bild zu bleiben. Ich möchte zudem darauf hinweisen, dass bei diesem Vergleich die Mittel für die Reduzierung der Trassenpreise im Schienengüterverkehr immerhin über 1,2 Milliarden Euro in dieser Wahlperiode oder die Verdreifachung der Mittel für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden auf 1 Milliarde Euro ab 2021 noch gar nicht berücksichtigt werden. Dazu kommen dann noch die Erhöhungen bei den Regionalisierungsmitteln, die wir teilweise auch für Investitionen zur Verfügung stellen. Bei den Regionalisierungsmitteln ist mir übrigens wichtig, dass sie von den Bundesländern vollumfänglich und zweckentsprechend eingesetzt werden. Hier ist auf Länderebene noch einiges zu verbessern. Insofern bin ich auf den nächsten Bericht zur Verwendung der Regionalisierungsmittel bereits sehr gespannt, da mir das rote Licht geleuchtet wird vom Präsidenten, also in dem Falle mal ein Stoppsignal, möchte ich meine Rede beenden und freue mich auf wirklich großartige Haushaltsplanberatungen. Aus der Sicht der Haushälter war das Thomas Jürg für die SPD-Fraktion. Nächster Redner angekündigt, Bernd Reuter, FDP-Fraktion. Der Mitglied ist im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, also einer der Fachpolitiker. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Andy Scheuer, Engpässe und Sanierungsstau auf allen Verkehrsträgern, es ist mehrfach angesprochen worden, der Minister versucht, das durch diverse Gipfelgespräche zu kompensieren. Hinzu kommen Punktepläne, fünf Punkte Netzausbau, acht Punkte Reihen, zehn Punkte Brenner. Nur leider spiegeln sich die ganzen Bemühungen durch Gespräche und Punktepläne nicht in diesem Haushalt wider. Er ist eine einzige Enttäuschung, meine Damen und Herren. Ich will aber nicht verhehlen, dass der Minister auch gute Vorschläge macht. Ja, es lobt ihn ja sonst keiner mehr. Ich will mal drei Beispiele nennen. Zum einen hat er jetzt in Aussicht gestellt, ich bin sehr gespannt, mehr Geld für klimafreundliches Fliegen. Aber wenn man sich so umschaut, Verbotsfantasien auf der einen Seite, mehr Steuern, Kerosinsteuer, Ticketsteuer bei seinem eigenen Landesgruppenvorsitzenden, und auf der anderen Seite, da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Und es wird übrigens auch so, auch mit mehr Steuern, kein Mensch auf die Bahn umsteigen, die hier ein Verspätungsrekord nach dem anderen fährt, meine Damen und Herren. Der zweite Punkt. Er hat den Masterplan Binnenschifffahrt vorgestellt im Frühjahr. Sehr richtig, sehr gut. Aber schaut man sich den Haushalt an, werden die Mittel für die Infrastruktur auf der Wasserstraße um nahezu 15 Prozent gekürzt, meine Damen und Herren. Das ist ein vollkommen falsches Signal, was hier ausgesendet wird. Und lassen Sie mich da in dem Zusammenhang noch einen Satz an die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen wenden, die auch immer hier mir erzählen, wie wichtig der Verkehrsträger Binnenschifffahrt ist. Aber gehen Sie mal vor Ort an die Wasserstraßen. Wenn da Hafenausbaupläne sind, Erweiterungspläne sind, die wichtig sind für diesen Verkehrsträger, werden die vor Ort blockiert, da stehen Ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde auf der Bremse. Und ein dritter guter Punkt, Mobilität im ländlichen Raum. Das ist dort, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo nicht an jeder Ecke ein E-Scooter steht, wo der Bus nur zweimal am Tag fährt und wo die Menschen noch lange, lange auf Autos mit Verbrennungsmotor angewiesen sind. Da schlägt der Minister als Baustein vor, 125 Kubik für den Pkw-Führerschein freizugeben. Mobilität für den kleinen Geldbeutel, also auch gerne für Elektro-Zweiräder, für die Azubis, damit sie zu ihren Ausbildungsstellen kommen. Aber auch hier Kritik von allen Seiten aus den eigenen Reihen, Vorschlag ganz, ganz schnell wieder einkassiert. Also, es gibt gute Vorschläge. Ich wollte das jetzt hier an dieser Stelle auch mal gesagt haben. Aber mir fehlt allein der Glaube, dass in dieser GroKo diese Vorschläge auch nur annähernd Erfolg haben werden. Ich bin sehr gespannt, was bei diesem Klimakabinett herauskommt. Da gab es genügend Ansätze, um das auch ein bisschen zu forcieren. Und ich will es dann auch noch mal zum Schluss sagen, auch abseits dieses Mautdesasters, bei konstruktiven Vorschlägen, die die Mobilität für die Menschen in diesem Land voranbringen, haben sie die Unterstützung der Freien Demokraten auch in Zukunft. Vielen Dank. Das war so gar nicht erwartet worden. So viel Positives in Richtung des Ministers aus der FDP-Fraktion von Bernd Reuter. Der nächste Redner in der Debatte, das wird wahrscheinlich jetzt eine andere Tonlage. Jörg Sesan von den Linken, Sprecher für Luftverkehr und Schifffahrt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundeskanzlerin hat in ihrer gestrigen Rede die Herausforderungen, wie ich finde, treffend in ein Bild gepackt. Im Verkehrsbereich sei, Zitat, nichts tun, keine Alternative. Es müsse vielmehr ein Kraftakt vollbracht werden, damit der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid im Verkehrssektor endlich, nach 30 Jahren, in denen er gestiegen ist, sinkt. Sie hat recht. Dass das CSU-geführte Ministerium dafür vielleicht nicht die offensten Ohren hat, kann man an diesem Haushalt erkennen. Trotz erfreulicher Steigerungen bei der Schiene bleiben die Mittel für den Ausbau hinter dem Erforderlichen zurück. Sie werden in diesem Haushalt sogar die Ausbaumittel gekürzt, auch für die Wasserstraße. Der Kollege Reuter hat es schon angesprochen. Beim boomenden Luftverkehr mit seiner hohen Klimaschädlichkeit bleiben steuerliche Erleichterungen unangetastet. Das ist kein Kraftakt. Wir fahren munter weiter auf der Autobahn in die falsche Richtung. Dass es auch gar keinen Willen zu dem von Kanzlerin Merkel geforderten Kraftakt gibt, zeigt das sture Festhalten am sogenannten Finanzierungskreislauf Straße. Die Lkw-Maut bringt jetzt jährlich 8 Milliarden Euro. Sturerweise wird daran festgehalten, das ausschließlich für den Straßenbau auszugeben. Wir schaffen mit dieser Art Politik geradezu einen Zwang zum Auto, weil wir in den ländlichen Regionen gar nicht die Möglichkeiten schaffen, auf das Auto zu verzichten oder darauf nicht angewiesen zu sein. Herr Minister Scheuer, Sie haben bei der Steuerung der Pkw-Maut-Einführung vollständig versagt. Die Einschätzung Ihres Ministeriums, es gebe nur ein sehr geringes Risiko, dass der EuGH die deutsche Pkw-Maut als nicht EU-rechtskonform bewerten würde, war grundfalsch. Sie widersprach im Übrigen einer Vielzahl von öffentlich zugänglichen Rechtsgutachten und Stellungnahmen. Das hätte man auch im Dezember letzten Jahres wissen können. Mit dem verfrühten Abschluss der Verträge mit den Betreiberfirmen sind sie Risiken für die Bundesrepublik Deutschland eingegangen, die durch Bundestagsbeschlüsse nicht gedeckt waren. Auch wenn noch keine Forderungen der Betreiberfirmen vorliegen, so rechnen Fachleute mit mehreren 100 Millionen Euro zusätzlich zu dem, was ohnehin schon unsinnigerweise rund 50 Millionen Euro im Bundeshaushalt ausgegeben werden musste. Diesen Schaden haben Sie durch Ihr Verhalten fahrlässig verursacht. Dafür müssen Sie die Verantwortung übernehmen. Statt im Oktober 2018 den Haushaltsgesetzgeber zu informieren, dass die Maut zu den im Haushalt bewilligten Mitteln nicht zu haben ist, haben Sie mit den Betreibern Verträge ausgestaltet, die zumindest den Verdacht ergeben, dass darin zusätzliche Belastungen für den Bundeshaushalt versteckt wurden. Seien es höhere variable Vergütungen, vermehrte Übernahme von Portokosten oder zusätzliche Aufgaben für den staatlichen Betreiber der LKW-Maut, die Firma Toll Collect, das wird weiter zu untersuchen sein. Kraftakte gibt es bei der CSU offensichtlich nur beim Fingerhakeln oder rhetorisch am Aschermittwoch, aber nicht bei überlebenswichtigen verkehrspolitischen Veränderungen. Am Wochenende werden Tausende in Frankfurt am Rande der IAA gegen die verkehrte Verkehrspolitik auch dieser Bundesregierung demonstrieren. Ich werde gerne dabei sein. Es ist notwendig, diesen Kraftakt durchzusetzen. Dankeschön. Für die Linksfraktion war das im Einzelplan 12. Debattenpunkt hier Verkehr und Infrastruktur. Der Sprecher für Luftverkehr und Schifffahrt der Linksfraktion. Jetzt Stefan Gelbhaar von den Grünen, der ebenfalls Sprecher ist für städtische Mobilität und Radverkehr. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister Scheuer. Heute, das war ja irgendwie eine eher müde Rede, irgendwas mit Avocados. Aber, das zeichnet einen guten Minister ja auch aus, Sie haben eine umtriebige PR-Abteilung. Sie versuchen sich als, ja, hipper Verkehrsminister zu inszenieren, als Lord Helmchen, der Minister mit dem Fahrrad. Manch einer glaubt Ihnen das vielleicht und freut sich, aber viele machen sich gerade bereit, um in Frankfurt am Main in den kommenden Tagen eine beispiellos große Protestwelle, und zwar gegen Sie und Ihre Verkehrspolitik, auf die Straße zu bringen. Und gleichzeitig legen Sie uns heute hier diesen Haushalt vor. Ich sage immer gerne, Haushalt ist Wahrheit, Herr Minister. Und in diesen Haushalt haben Sie in fetten Lettern hineingeschrieben, Sie wollen keine Verkehrswende, Sie wollen keinen Klimaschutz, Sie wollen nicht mehr Fuß und Fahrrad, Bus und Bahn. Was Sie wollen, ist Auto, Auto und Auto. Und das haben Sie heute in einem Weltartikel nochmal versucht, diesen ganzen Murks zu rechtfertigen. Herr Scheuer, Sie sind völlig im Rückwärtsgang. Und ich sage nur, schalten Sie endlich um. Wir brauchen einen anderen Haushalt. Und das ist Ihnen doch möglich gewesen. Warum gehen Sie da nicht voran? Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Herr Verkehrsminister. Herr Verkehrsminister, Sie haben meiner Meinung nach das beste Ressort im ganzen Kabinett. Sie verfügen über die meisten investiven Mittel mehr als alle anderen Ministerien. Aber was machen Sie damit? Sie versenken das Geld in Autobahnen und Bundesstraßen. 74 Milliarden Euro seit 2006, seit die Union regiert. Und im nächsten Jahr nochmal 10 Milliarden obendrauf. Statt in Alternativen zu investieren, loggen Sie immer mehr Menschen in immer mehr Autos, was zu immer mehr Staus führt übrigens. Das ist German Wahnsinn. Das ist rückwärtsgewandt, fortschrittsfeindlich. Das ist keine Verkehrspolitik. Das ist bestenfalls Bauwirtschaftspolitik. Und jetzt, jetzt gehen wir mal weiter, jetzt kommt auch noch das, dass ohnehin wenige Geld für den Radverkehr kürzen Sie im nächsten Jahr sogar noch von 150 auf 130 Millionen Euro. Dabei wächst der gesamte Verkehrsaushalt ständig an, auch im nächsten Jahr wieder. Anderswo, etwa in Niederlanden, werden inzwischen jährlich über 500 Millionen Euro für den Radverkehr ausgegeben. Um da mitzuhalten, müssten wir hier in Deutschland eigentlich zweieinhalb bis drei Milliarden in Radverkehr investieren. Wir Bündnisgrüne fordern deswegen Bundesmittel mindestens in Höhe von einer Milliarde aus dem Bundeshaushalt. Für Radschnellwege, für Überlandradwege an Bundesstraßen, für Brücken über Autobahnen und Schienen, für Fahrradparkhäuser, für Mobilitätsstationen an Bahnhöfen. Das sind übrigens alles Bundessachen. Und damit wird Fahrradfahren entspannt, schnell und sicher in der Stadt und auf dem Land. Das wäre ein Zeichen. Sie haben selbst das Stichwort Innovation gebracht und Innovationsweltmeister Deutschland ausgerufen. Ich sage, Mobilität der Zukunft heißt, die Verkehrsmittel, Intelligenz und Verknüpfen. Da sind wir uns vielleicht einig. Aber da reicht eben nicht schlecht gemachte Legalisierung von E-Scootern. Da reicht es nicht, von Sanierung, Digitalisierung von U-Bahnen, von der Reaktivierung von Bahnstrecken, Ausbau von Tramstrecken usw. zu reden. Da muss man dann Geld und Personal in die Hand nehmen. Da müssen Sie die Handbremse bei der Erhöhung der Gemeindeverkehrsfinanzen loslegen lassen. Das fehlt. Sie stehen da auf der Bremse. Dieser Topf muss mindestens zwei Milliarden Euro groß werden, damit wir den Investitionsstau an dieser Stelle auflösen können und ihn für neue Projekte öffnen können. Dann noch ein Wort zur Mobilitätsforschung. Sie haben ja Innovation gesagt. Sie kürzen hier die Mittel. Sie kürzen die Mittel, damit wir zum Beispiel künftig Bahnen in höherer Taktung fahren lassen können. Sie kürzen die Mittel. Wir haben immer noch keinen Mobilpass. Wir haben keine automatisierten Straßenbahnen. Wir haben keine neuen Aspekte in der Stadtlogistik. Das fehlt alles. Dort haben Sie die Mittel eingekürzt. Deswegen, alle das widerspricht dem, was Sie eigentlich immer und immer wieder erklären. Machen Sie sich da ehrlich. Ändern Sie das mit den Koalitionsfraktionen in den Haushaltsberatungen. Ich möchte eine Sache sagen. Sie haben, das habe ich heute zur Kenntnis nehmen können, das Wort... Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Das Wort Verkehrswende in Ihrem Wortschatz aufgenommen. Das war heute im Weltartikel oft zu entnehmen. Vielleicht, wenn Sie jetzt erstaunt gucken, war es vielleicht doch einer Ihrer Referenten, die das Wort da reingeschrieben haben. Ich finde das persönlich gut. Und deswegen, eigentlich ist die Anmeldefrist schon vorbei. Lade ich Sie trotzdem zu unserer Radkonferenz morgen ein. Da können Sie sich entscheiden, Autorausstellung oder Radkonferenz. Ich fände es gut, wenn Sie sich für die Radkonferenz entscheiden und dort mit den Menschen ins Gespräch kommen, die die Verkehrswende von uns... Herr Kollege, Sie kann keiner mehr hören, weil ich Ihnen gerade das Wort entzogen habe. Nehmen Sie bitte Platz. Aber uns können Sie noch hören. Hier ist Phoenix und wir verfolgen für Sie weiterhin diese Debatte. Und in der Tat hat Stefan Gelbhaar ein bisschen seine Zeit überzogen. Jetzt am Pult Daniela Ludwig für die Unionsfraktion, jetzt noch Sprecherin für Verkehr und digitale Infrastruktur, aber nominiert als die neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zurück zum Haushalt und ja, lieber Herr Gelbhaar, vielleicht auch zurück zur Wahrheit. Wir stärken nämlich nicht nur, wie Sie gerade fälschlicherweise dargestellt haben, die Straße, sondern wir stärken mit einem weitergehenden Investitionshochlauf alle, alle Verkehrsträger gleichermaßen, nämlich um weitere 800 Millionen Euro für unseren gesamten Einzelplan auf dann 15,4 Milliarden Euro. Das ist ein klares Signal, eben nicht nur auf die Straße, sondern genauso aufs Wasser, in die Luft und auf die Schiene. Und warum nenne ich die Schiene bewusst als letztes, weil sie in der Tat nicht nur haushalterisch, aber da ganz besonders in unseren Fokus rücken muss, auch weiterhin. Und damit setzen wir einen Kurs fort, den wir eingeschlagen haben mit einem sehr, sehr guten Koalitionsvertrag zu diesem Thema. Und wir unterlegen das jetzt auch sehr bewusst mit ordentlich Haushaltsmitteln. Da wird natürlich die viel zitierte Louvre für die nicht so Kennern haften, die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Es hören nicht nur Verkehrspolitiker hoffentlich heute zu. Also die sogenannte Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung Teil 3 für die Schiene legen wir auf. 51,4 Milliarden Euro über zehn Jahre. So viel gab es noch nie für die Schiene. Punkt. Und wir verlängern die Laufzeit auf zehn Jahre. So viel Planungssicherheit gab es noch nie für die Schiene. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, wenn wir über diesen Haushaltsentwurf reden. Und genauso gehört dazu, dass der Bedarfsplan Schiene gegenüber dem Eckwert 2022 um rund 300 Millionen Euro auf 1,9 Milliarden Euro aufgibt. Und um weitere 524 Millionen Euro in 2023 fortfolgende auf 2 Milliarden Euro aufgestockt wird. Wer also hier mal wieder uns unterzuschieben versucht, hier würde nur was für die Straße getan, der, würde ich mal sagen, führt bewusst in die Irre. Und da bin ich mehr Niveau von Ihnen gewohnt. Das dürfen Sie mir glauben. Und natürlich haben wir große Aufgaben mit internationalen Verpflichtungen übernommen, was die Klimaschutzziele angeht. Und natürlich richtet sich auch richtigerweise der Fokus auf den Verkehrssektor. Hier müssen wir noch deutlich besser werden. Das bestreitet aber auch niemand. Auch niemand in meiner Fraktion und auch niemand im BMVI. Aber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nicht nur staatliche Maßnahmen, Zwangsverordnungen und Verbote werden uns dahin führen, dass wir beim Klimaschutz noch besser werden. Sondern auch Bewusstseinsveränderungen, die wir bei uns selber anfangen können und die auch jeder Einzelne hoffentlich in Zukunft bei sich selber beginnt. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und schauen Sie sich mal an, das ist ganz einfach und das hat nichts mit Verteufeln zu tun. Schauen Sie sich mal an, die durchschnittliche Motorisierung von PKWs vor zehn Jahren. Jetzt 131 PS, jetzt 153 PS. Und da wird es schon reichen, wenn jeder Einzelne beim Autokauf überlegt, was brauche ich für mich persönlich, für meine eigene individuelle Mobilität. Welche Motorisierung brauche ich? Welchen Antrieb brauche ich? Und da gibt es schon ziemlich viel auf dem Markt, was wir den Verbrauchern anbieten können. Aber da müssen wir natürlich von politischer Seite noch besser werden. Da muss die Automobilindustrie noch besser werden. Und da wird es nicht reichen, nur über E-Mobilität zu reden, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Da müssen wir mutiger werden bei den alternativen Antrieben, bei E-Fuels. Und da, glaube ich, geht auch dieser Haushalt wiederum in die richtige Richtung. Lassen Sie uns technologieoffen sein. Lassen Sie uns bewusstseinsfördernd unterwegs sein. Die Leute geben uns das nur mit, wenn sie nicht den Eindruck haben, sie werden gedrängt und sie müssen und sie dürfen nicht mehr. Sondern es muss auch eine freiwillige Umkehr geben. Und wir schaffen es nur, gemeinsam diesen Klimaschutz für uns gemeinsam hinzubekommen, für eine Industrienation, wenn alle freiwillig und mit voller Seele dabei sind. Die Digitalisierung der Schiene ist ein wichtiger Punkt und findet sich in diesem Haushalt richtigerweise wieder. Und bei der Wasserstraße setzen wir einen Kurs fort, auf den ich persönlich sehr stolz bin. Und auf den, wo ich wirklich sagen muss, da haben wir einen Riesenschritt getan, was die Befahrensabgabe angeht. Und lange hingekämpft und endlich mit dieser Koalition hinbekommen. Ein riesiger Schritt. Und natürlich wird das fortgeführt. Und natürlich dient das auch dazu, die Wasserstraße noch attraktiver zu machen. Und wir müssen, und wir haben natürlich noch einiges vor der Brust. Und der Minister hat es angesprochen, das Personenbeförderungsgesetz. Auch hier ist viel Musik drin, gerade im Hinblick darauf, Mobilität in der Stadt zu steuern, aber auch Mobilität auf dem Land weiterhin zu ermöglichen. Und ich sage bewusst, weiterhin zu ermöglichen. Denn nur aus der großstädtischen Sicht heraus, über Mobilität zu reden, springt viel zu kurz. Viel zu kurz. Und da können wir über das PBFG wirklich, wenn wir es gut anstellen, und da bin ich sehr zuversichtlich, dass alle daran beteiligten Fraktionen das gleiche Interesse haben, wenn wir es gut anstellen, viel, viel Steuerungsmöglichkeiten selber in die Hand nehmen, den ländlichen Räumen die Chance geben, dass sie weiterhin an Mobilität teilnehmen können. Und möglichst auch wieder freiwillig entscheiden können, wie sie es zu gestalten haben. Und wenn wir über den Radverkehr noch reden, ein letzter Punkt. Der Minister hat, wie ich finde, extrem gute Vorschläge gemacht zu einer Reform der StVO. Das hat noch gar nicht gesagt worden. Da tun wir einen ganz, ganz richtigen Schritt in die richtige Richtung. Natürlich ganz viel für Ballungsräume an dieser Stelle. Und wir versuchen hier tatsächlich die dauernde Platzkonkurrenz zwischen Auto, Fußgänger, Radfahrer, E-Scooter, Kinderwagen und so weiter aufzulösen. Ich finde, diese Vorschläge gehen in eine sehr richtige Richtung. Er hat hier die volle Unterstützung, zumindest aus meiner Fraktion, und ich bin mir sehr sicher auch aus deren anderen Koalitionsfreundinnen. Und deswegen lassen Sie uns auch diesen Weg weiter beschreiten. Lassen Sie uns da mutig sein. Und setzen wir darauf, dass wir überzeugen und nicht zwingen und nicht verbieten. Vielen herzlichen Dank. Daniela Ludwig für die Unionsfraktion, die noch einmal dafür plädiert hat, dass man Verkehrspolitik nicht nur aus der großstädtischen Perspektive herdenken sollte. Jetzt für die SPD-Fraktion Elvan Korkmaas. Sie ist Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda. Herr Präsident, meine Damen und Herren, als Abgeordnete kennen wir das aus unserem Alltag. Ohne Bahn und Internet geht nichts. Und das gilt auch für alle Menschen da draußen. Verkehrsinfrastruktur und digitale Infrastruktur sind grundlegend für das tägliche Leben. Und Politikfelder, die das innerste Versprechen unserer Gesellschaft betreffen. Freie Selbstbestimmung und Teilhabe. Eine gute und überall verfügbare Infrastruktur ist deshalb eine Frage von Gerechtigkeit. Und die SPD steht zu diesem Grundrecht für alle Bürgerinnen und Bürger. Und das ist auch der Maßstab, mit dem ich diesen Haushalt bewerte. Und dazu gehört, ja, auch die Diskussion um die haushaltspolitische Ausrichtung. Das ist nicht nur ein SPD-Thema, sondern betrifft die gesamte Republik. Dieser Haushalt kommt ohne neue Schulden aus. Gut, keine neuen Schulden heißt aber nicht, keine neuen Investitionen. 30 Milliarden Euro investieren wir in Verkehr und digitale Infrastruktur. Und wir investieren auf Rekordniveau. Und dafür darf man dem Bundesfinanzminister auch einfach mal Dankeschön sagen. Danke, Olaf. Wir müssen aber auch die historische Verantwortung begreifen, die uns in der Klimakrise zufällt. Wir müssen uns ehrlich machen, was wir konkret brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und dann das Geld auch in die Hand nehmen. Deshalb erst klar benennen, dann ausgeben. Und wir sollten hier nicht ein Dogma gegen ein anderes ausspielen, sondern konkrete Vorschläge machen. Das 365-Euro-ÖPNV-Ticket, das ist übrigens so ein konkreter Vorschlag für eine nachhaltige Verkehrspolitik. Mich freut das, weil ich mich um den ÖPNV vor Ort wirklich sorge. Und gerade für die ländlichen Kommunen brauchen wir dringend Lösungen. Wenn die Nachfrage steigt, brauchen wir natürlich auch ein passendes und attraktives Angebot. Das kostet Geld. Und dieser Bundeshaushalt geht jetzt einfach mal in dem Komplex voraus. Verdreifachung der Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in den kommenden zwei Jahren. Insgesamt 1,7 Milliarden für die Verbesserung des ÖPNV in den Gemeinden. 50 Milliarden Euro, die wir bis 2029 in die Bahn investieren. Allein 4,6 Millionen im kommenden Jahr. Zusammen ist das nicht nur konkreter Klimaschutz, sondern auch konkrete Gerechtigkeit. Und genau dafür sind wir Sozialdemokraten. Auf ähnlichem Niveau investieren wir auch in die digitale Infrastruktur. Wir halten unser Versprechen und finanzieren aus den Erlösen der 5G-Frequenzversteigerung den Ausbau der Gigabitnetze. Wir sehen täglich, dass das Marktprinzip allein die Daseinsvorsorge nicht sichert. Deshalb bedarf es hier auch der Steuerung durch den Staat. Das tun wir an der Stelle. Und wenn es nach mir ginge, könnten wir davon auch noch ein bisschen mehr haben. In diesem Haushalt finden sich aber auch kleine Aufwendungen, die mitunter eine ganz große Wirkung haben. So zum Beispiel 9 Millionen Euro für die Förderung von Abbiegeassistenzsystemen, mit denen wir konkret Menschenleben retten. Ich bin überzeugt, Wohlwollen alleine reicht da nicht. Mir wäre es lieber, wir würden sie verpflichtend vorschreiben. Aber ich bin mir sicher, da werden wir auch noch vorankommen in dieser Koalition. Und eins vielleicht noch zum Abschluss. Wir müssen uns eingestehen, investieren alleine hilft nicht unbedingt. Man munkelt ja gerade in der Verkehrspolitik. Soll es auch die eine oder andere Maßnahme geben, die das Klima schont, aber nicht unbedingt was kostet. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch darüber mal nachdenken können. Schließlich müssen wir auf die ökologische Frage auch eine soziale Antwort geben. Und die SPD, wir sind davon überzeugt, das ist die zentrale Frage der Gerechtigkeit. Und damit sichern wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Vielen Dank. Mit einem besonderen Blick auf die digitalen Zusammenhänge war das Elvan Korgmas. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Digitale Agenda und Mitglied der SPD-Fraktion. Ihr folgt jetzt in dieser Debatte Reinhold Sendka. Er ist im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das ist ein Investitionsrekord und klares Bekenntnis zur Schiene. Das ist die richtige Headline für den Verkehrshaushalt 2020. Jetzt deutlich über 15 Milliarden Euro für Straße, Schienen und Wasserwege. Und in 2023 bereits dann 17 Milliarden. Das ist eine Verdoppelung der Investitionslinie gegenüber der jahrelangen Unterfinanzierung. Meine Damen und Herren, es ist ein Riesenerfolg für die Arbeit in unserer Großen Koalition. Und vor allem die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Die Reise ist mehrfach angesprochen. Sie ist für Wahlen ein starker Investitions- und Infrastrukturbeitrag zum Erhalt des Schienennetzes mit einem deutlichen Planungssicherheit. Ja, und sie ist nicht nur das größte Schienenmodernisierungsprogramm, das es je gab, sondern es ist die beste Grundlage für aktiven Klimaschutz. Herr Minister, vielen Dank dafür. Der Blick zurück zeigt uns, dass wir in den letzten Jahren schon viel umsetzen konnten und auch viel erreicht haben. Darunter befindet sich die Senkung der Trassenpreise für den Schienengüterverkehr. Ich nenne die Planungsbeschleunigung für den Außenneubau von Schiene. Ich weise auf den Aufstieg von 29 Schienenprojekten im vornränglichen Bedarf hin. Ferner nenne ich die Herstellung von Barrierefreiheit und der Attraktivität der Bahnhöfe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau daran müssen wir intensiv weiterarbeiten, vor allem mit Blick auf den ländlichen Raum. Denn dort gerade besteht hier dringender Handlungsbedarf. Vor dieser Zielkulisse einer Verdoppelung der Bahnkunden, von mehr Güterverlagung auf Schiene, der notwendigen Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Schienenwege ist eine weitere deutliche Erhöhung der Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur erforderlich. Und wenn wir zusätzlich Investitionen durchführen wollen, vor allem auch Planungsbeschleunigung wollen, müssen wir unser Eisenbahnbundesamt weiter stärken. Denn das E-Bahn darf dann nicht zum Flaschenhals für die angestrebten Kapazitätsverbesserungen werden. Das braucht dabei auch unsere Unterstützung. Wir wollen und müssen unsere Schienenverkehre stärken, aber auch die Straßenerhaltungsinvestitionen sowie den neuen Ausbau konsequent fortsetzen. Sie alle kennen die Verkehrsprognose für 2030. Sie lautet auf zusätzliche 40 Prozent an Donnage- und Schwerlastverkehre. Und nach vorsichtigen Einschätzungen für die Zeit nach 2030, ist ein weiterer Aufwuchs der Lkw-Verkehre in Deutschland sehr wahrscheinlich. Ja, wir stärken die Schiene und den ÖPNV. Wer aber meint, wir könnten bald schon die Rechnung mit viel weniger Straßenausbau machen als geplant, der ist angesichts dieser Entwicklungsdaten, meine Damen und Herren, gewaltig auf dem Holzweg. Und besonders in ländlichen Regionen lautet oftmals die Alternative, Auto oder zu Hause bleiben. Dort ergeben sich vielfach nur geringe Verlagerungsmöglichkeiten auf andere Verkehrsträger. Und deswegen sage ich, bleiben für uns die Umgehungsstraßenprojekte safe und unverzichtbar. Beim Thema Straße ist und bleibt natürlich die Substanzerhaltung der zentrale Punkt. Ferner die dringenden Engpassbeseitigungen auf den Autobahnen und die zwingend notwendigen Brückenerneuerungen. Der neue Ausbau unserer Straßeninfrastruktur führt vor allen Dingen aber auch zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit. Den Straßenverkehr mit vielen anderen Maßnahmen noch sicherer zu machen, das muss auch im Ausschuss weiter und hier im Bundestag unser gemeinsames Anliegen bleiben. Abschließend noch ein Wort zum Zustand der Wasserstraßen. Allein in Nordrhein-Westfalen laufen täglich über 30 Prozent der Güterverkehre über die Wasserwege. Dass manche Anlagen und Schleusen sich in einem mehr als kritischen Zustand befinden, ist Fakt und bekannt. Deshalb sind hier die notwendigen Reparaturen der Ersatz von Schleusen sowie die Abladeoptimierung die zentralen Aufgaben, die es jetzt zu schultern gilt. Die Personalverstärkung im Haushalt von 2019 war dafür ein sehr gutes Signal. Denn wir müssen bei der Zielerfüllung der Ertüchtigung und Modernisierung unserer Verkehrsanlagen das gesamte Netz berücksichtigen, Straße, Schiene und Wasserwege, vor allem wenn es darum geht, eine hohe Leistungsfähigkeit im System zu erreichen. Denn es bleibt dabei, eine intakte Verkehrsinfrastruktur ist die beste Grundlage für Wachstum, Wohlstand und wie wir heute mehrfach gehört haben, auch für den Klimaschutz. Dafür werden wir konsequent weiterarbeiten. Nein, ich bin am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit hat sich die Frage einer Zwischenfrage erledigt. Und Endfragen sind hier noch nicht zugelassen als parlamentarisches Mittel. Also kommt jetzt als nächstes zum Zuge Uwe Schmidt, sprich Ans Rehnerpult, SPD-Fraktion, Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Scheuer, jetzt wird es leider wieder ein bisschen nordisch. Ihm bleibt auch heute nichts erspart. Also, letzte Woche haben Sie das Innovationsprogramm Logistik 2030 vorgestellt. Sie beschreiben darin eine blumige Zukunftsversion der deutschen Logistikwirtschaft im Jahr 2030. Jedoch bedauerlicherweise vor allem aus technologischer Sicht. Das ist leider zu wenig für die Beschäftigten, die durch die Digitalisierung und Automatisierung um ihre berufliche Zukunft fürchten drinnen. Da ist der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil deutlich besser aufgestellt. Und das ist auch gut so. Im Maßnahmenfeld intelligente Häfen und Wasserstraßen fallen Schlagworte wie zuverlässig, schnell, reibungslos, digital, automatisiert. Das machen meine Kollegen in den Häfen heute bereits sehr erfolgreich. Beschäftigte kombinieren Szenarien überhaupt nicht vor. Hauptsache, erste autonome Schiffe sind unterwegs, wie Sie es ja beschreiben. Die Gefahren für Bevölkerung, Umwelt und Küste, die von solchen Schiffen ausgehen, erläutern Sie überhaupt nicht. Haben Sie die Havarien der MSC Zoe und Gloria Amsterdam an der Stelle schon vergessen? Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Wenn ich nun den Haushaltsentwurf 2020 daneben lege, finde ich nicht viel, damit Ihr Szenario auch Realität werden kann. Ich bin ja froh, dass Sie den Seehäfen überhaupt eine Schlüsselfunktion für die gesamte Volkswirtschaft zugestehen. Das haben Sie richtig erkannt. Die E-Scooter haben wir jetzt erledigt. Die liegen hier überall im Bremerhaven rum. Jetzt lassen Sie uns in Berlin rum. Lassen Sie uns mal zu den richtig wichtigen Fragen kommen. Erstens. Wie sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Seehäfen? Zweitens. Wie sorgen wir gleichzeitig für einen klimafreundlichen Transport im Seeverkehr und über die Hafenhinterlandanbindung? Drittens. Wie sichern wir langfristig das maritime Know-how im Seeverkehr und unserer Maritimhäufe? Eins ist klar. Die anstehenden Aufgaben werden immer größer und die dafür notwendigen Investitionen immer gewaltiger. Wir brauchen die Länder und Kommunen mehr Unterstützung. Die finanziellen Lasten müssen besser verteilt werden. Der Bund muss die deutschen Seehäfen stärker finanziell fördern und Beschäftigung in den Häfen sichern. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Ich habe die Rednerzeit. Das ist ja schon eine kleine Tradition geworden von Herrn Morsek. Bitte. Danke, Herr Kollege Schmidt. Sie sprachen die Wasserstraßen an die Binnenwasserstraßen. Ist es da nicht kontraproduktiv, wenn der Haushalt hier, der Kollege Reuter hat es genannt, um 15 Prozent gekürzt wird? Wir haben marode Schleusen. Ich erinnere nur an Geesthacht. Als sie am 2. August aus dem Betrieb genommen wurde, weil der Pegel auf vier Meter abgedrückt werden musste wegen Erosionsarbeiten am Wall und am 8. wieder in Betrieb genommen werden konnte, kurz darauf wieder ein Zweischichtsystem ausfiel, weil Personal fehlte, die es bedienen könnte, sollten wir nicht die Investition in die Binnenschifffahrt, in die Schifffahrt erhöhen, als Trastschutz zu senken. Das ist meine Frage. Herr Morsek, wenn Sie etwas geduldiger gewesen wären, dann würden Sie im weiteren Verlauf meiner Rede dazu gleich die passenden Sätze bekommen. Ich würde das dabei erst einmal belassen, Herr Präsident. Also, ich komme da gleich drauf. Die Konsolidierung des Haushalts ist richtig und notwendig, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht am falschen Ende sparen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, den Mittelaufwuchs für den klimafreundlichen Verkehrsträger Schiene unterstütze ich natürlich voll und ganz. Doch, für die Bundeswasserstraßen soll im Ansatz um fast 100 Millionen abgesenkt werden, Herr Minister. Und dazu sollen auch dringend benötige Personalstellen für den laufenden Betrieb und die Instandhaltung gestrichen werden. Herr Morsek, das passt nicht zusammen. Da müssen wir noch einmal mit Ihnen drüber reden. Versetzen Sie endlich Ihre Verwaltung in die Lage, die bereits eingestellten Haushaltsmittel auch abfließen zu lassen, anstatt sie einfach zu kürzen. Den Finanzbeitrag an die Seescheifahrt wollen Sie um 6 Millionen Euro absenken. Ja, kann man machen. Für immer weniger deutsche Seeleute braucht man auch entsprechend weniger Finanzhilfen. Aber jetzt mal ernst. Diese Mittel sichern die Bordarbeitsplätze von deutschen und europäischen Seeleuten auf deutschen Handelsschiffen. Damit fördern wir das maritime Know-how und die Ausbildung des dringend benötigten seemännischen Nachwuchses. Es ist doch heute kaum noch jemand bei deutschen Reedereien direkt beschäftigt. Die meisten Seeleute sind mittlerweile so eine Art Sklaven geworden von international agierenden Crewing-Agencies. Da erzähle ich Ihnen ja nichts Neues. Wir müssen für soziale Beschäftigungsverhältnisse, gute Arbeitsbedingungen und faire Tariflöhne sorgen. Und diese Machenschaften beenden. Herr Minister Scheuer, ändern Sie endlich wieder die Schiffsbesetzungsverordnung. Da hat Ihr Vorgänger großen Schaden unter den deutschen Seeleuten angerichtet. Nächstes Jahr steht ja ohnehin die Evaluierung der Schifffahrtsförderung an. Da müssen wir sowieso gemeinsam noch mal ran. Also da würde ich sagen, da haben wir noch viel Arbeit vor uns, wenn wir Ihr Szenario 2030 für die deutsche Logistikwirtschaft realisieren wollen. Aber warum fangen wir da nicht heute schon mit an? Mit LNG und umweltfreundlicher Landstromversorgung für die See- und Binnenschiffe verbessern wir die Luft in unseren Hafenstädten. Aber Sie wollen die Förderung von LNG und Landstrom reduzieren. Das ist an der Stelle schon ein starkes Stück. Sie schütteln mit dem Kopf, Herr Fählemann. Beim Landstrom warten wir übrigens noch auf die sehnsüchtig auf die Förderrichtlinie. Wir brauchen wasserstoffbasierte synthetische Kraftstoffe, die wir mit Offshore-Windenergie produzieren. So können wir Emissionen im gesamten Verkehrsbereich nachhaltig senken. Der Anteil erneuerbarer Energien muss, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, auf 65 Prozent bis 2030 steigen. Also los! Ohne lineare Ausbaufhade geht es ansonsten wie in der Solarbranche. Das haben wir gerade wieder in meinem Wahlkreis im Fall Sennwürnchen gesehen. Der letzte große Windturbinenhersteller in meiner Heimatstadt Bremerhaven geht leider in die Insolvenz, wie viele andere davor auch. Da müssen wir andere Lösungen finden. Ich habe sie gehört. Aber wir sind dann auch am Anfang der Haushaltsberatung. Wir werden da mit Ihnen noch darüber sprechen. Recht schönen Dank. Herzlichen Dank. Und da hat er selber gesagt, Uwe Schmidt, der Sozialdemokrat mit Wurzeln in Bremerhaven, Mitglied des Ausschusses hier. Dann haben wir als weiteren Redner in diesem Einzelplan Rüdiger Kruse, Beauftragter für die maritime Wirtschaft. Der kann jetzt anknüpfen von der Unionsfraktion. Gelbhaar von den Grünen hat vorhin postuliert, dass Verkehrsminister das schönste Amt wäre. Also aus meiner Einschätzung kann ich das so nicht stehen lassen, sondern ich würde sagen, die hier anwesende Monika Grütters mit Kultur hat natürlich das schönste Amt. Und zum Thema zweitschönstes Amt hat wiederum der Sozialdemokrat Müntefering dann alles in der Wertigkeit gesagt, als er postulierte, nach dem Papst sei Parteivorsitz der SPD das zweitschönste Amt. Aber ich glaube auch nicht, dass relativiert ist dann alles, lieber Andi. Im Augenblick hat er aber das entscheidende Amt, weil ohne Verkehrswende keine Klimawende. Und da, wenn man jetzt alle Redner anhört, sind wir uns doch fast alle einig. Und die Kollegen haben ja schon sehr stark die Zahlen des Haushaltes hier vorgetragen, jeweils aus einer unterschiedlichen Sichtweise. Und dieser Haushalt ist nun mal schon mal der stärkste Investitionshaushalt. Aber der spannende Teil des Haushaltes ist der, der uns noch gar nicht vorliegt. Weil wir ja nun mal das Klimakabinett abwarten, das immerhin netterweise vor der Bereinigungssitzung tagt, weil hinterher wäre es auch völlig wirkungslos. Und dann ist doch die spannende Frage, die Essenz der Dinge, die hier gesagt worden ist, ja, Verkehrsaushalt ist der größte in Investitionen und er muss noch mehr bekommen. Das heißt, es muss dort noch obendrauf was gesetzt werden. Und das ist die spannende Debatte zu sagen, wohin wollen wir gehen, welche Maßnahmen. Ich warne allerdings davor, den Verkehr nur unter Klimaaspekten zu sehen. Weil Verkehr hat natürlich, was ja auch schon gesagt worden ist, eine Wirtschaftskomponente. Also ohne funktionierende Infrastruktur kommen wir in diesem Land nicht weiter. Und Verkehr hat eine sehr starke soziale Komponente. Mobilität hat große soziale Auswirkungen. Und ohne eine Mobilität für alle Menschen gibt es keine ausreichende Teilhabe. Und das rüttelt an den Grundfesten der Demokratie. Darum ist dieses Thema Stadt-Land wirklich ein sehr, sehr wesentliches. Man kann nicht einfach aus, ich habe es ja nun relativ leicht, damals vorhin war es nicht 143 PS auf Null zu gehen. Wenn ich aus der Haustür in Hamburg gehe, dann falle ich in zwei Buslinien. Und die vier Minuten zu meinen zwei U-Bahn-Linien schaffe ich auch noch. Das ist aber nicht überall in Deutschland so. Und dann ist es mich wichtig zu sagen, in dem Vorlauf, damit die Entscheidung in eine umweltfreundlichere Mobilität möglich wird, müssen wir heute massiv rein investieren. Weil dummerweise bei Verkehr das so eine lange Strecke ist. Und das ist ja staatlich so organisiert. Der Minister hat ja am Anfang so den persönlichen Bereich berührt. Also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das hier aus Italien kommt oder die Avocado. Es gibt Dinge, die ich selber machen kann, die ich selber entscheiden kann. Und dann gibt es eben die Dinge, die ich nicht selber machen kann. Und das ist verkehrliche Infrastruktur bauen. Und dementsprechend müssen wir hier Vorsorge schaffen und müssen die richtige Richtung vorgeben. Da kann man sich dann auch überlegen, ob man alles kleinteilig regeln will. Da hat man einen riesen Nachteil, weil man keinerlei Innovationen voraussehen kann komplett. Das heißt, man entscheidet dann nur aus dem Augenblick. Also man sagt, das Auto ist Verbrennungsmotor, der Treibstoff ist klimaschädlich. Also will ich das Auto nicht. Das ändert sich sofort, wenn der Treibstoff nicht mehr klimaschädlich ist. Das heißt, das Thema synthetische Kraftstoffe würde sofort alles verändern. Eine Beimischung von 10 Prozent bei 40 Millionen Autos würde quasi 4 Millionen Autos klimaneutral machen. Das ist etwas mehr, als wir zurzeit an Elektroautos auf der Straße haben. Deswegen keine Entscheidung. Nicht alles, was Sie sagen, ist verkehrt. Weil Sie benutzen die gleiche Sprache wie wir. Und zweimal am Tag hat sogar Ihre Uhr die richtige Uhrzeit. Aber das hilft uns ja nicht weiter. Sondern die Entscheidung muss sein, dass wir ein offenes System haben. Wir könnten zum Beispiel nachdenken darüber, ob wir Bonus-Malus-System einsetzen. Also nicht eine Kaufprämie oder so sagen, sondern gemessen am CO2-Wert. Wenn du ein Auto mit hohem Ausstoß machst, musst du 5.000 Euro mehr bezahlen. Nimmst du die klimafreundlichste Variante, also Null-Emissions-Auto, sind es 5.000 Euro weniger. Damit habe ich eine Technologie-Öppenheit. Damit schaffe ich Möglichkeiten. Die gleiche Sache ist natürlich auch die, dass wir auch etwas tun müssen. Wir müssen hier die richtigen Entscheidungen treffen. Und wir brauchen Akzeptanz. Wir haben uns vorhin unterhalten mit den Kollegen, die dafür zuständig sind, dass die Menschen, die an der Fehmarn-Beltlinie wohnen, das dann auch akzeptieren. Weil der große Nutzen ist für die Bundesrepublik. Das ist auch für Dänemark. Aber so, wenn ich an der Bahntrasse wohne, ist das eine andere Frage. Und hier ist es wichtig, Politik muss die richtigen Entscheidungen treffen und danach die Mehrheiten dafür organisieren. Nicht umgekehrt. Das ist unsere Aufgabe. Und wer sagt, der Haushalt ist noch nicht genug für Verkehr und nicht richtig gestaltet, der hat seine eigene Aufgabe begriffen. Weil es ist das Parlament, das den Haushalt entscheidet, nicht die Regierung. Herzlichen Dank. Vielen Dank.